Oh nein, warf der Mann mit der Basecap ein. Für den Formfehler war allein die Polizei verantwortlich. Die Cops haben Scheiße gebaut und das Monster ist frei. Ja, es stimmte. Aber er wusste, dass es nicht die Cops gewesen waren. Nur einer hatte Schuld. Erneut war sich die Menge einig und man begann über die Tücken moderner Rechtsprechung zu diskutieren, bis die Packer den letzten Karton in den Wagen schoben und die großen Türen verriegelten. In einem Hagel aus Wüstenbeschimpfungen startete der LKW und fuhr davon. Die kleine Menschenansammlung verstummte, als sich ein Garagentor öffnete und ein schwarzer Mercedes herausfuhr. Keiner sagte ein Wort, bis die Limousine sie passierte. Mörder, schrie Basecap und die anderen nahmen den Ruf auf. Nur einer blieb stumm. Der Cop außer Dienst blickte schweigend dem Wagen entgegen, der nun auf ihn zufuhr und neben ihm zum Stehen kam. Wieder verstummte die Menge, als das getönte Fenster nach unten glitt und das Gesicht zum Vorschein kam, das den Cop bis in seine Träume verfolgte. Kalte, dunkle Augen voller Hass und ein Mund, der sich häufig zu einem selbstgefälligen Grinsen verzog. Wie in diesem Augenblick. Fahr zur Hölle, Davis! Dann treffen wir uns dort, erwiderte Davis durch zusammengebissene Zähne. Der Mörder fuhr das Fenster wieder hoch. Die Reifen quietschten auf dem nassen Asphalt, als der Mercedes davonschoss. Raleigh, North Carolina 26. September, 10 Uhr Special Agent Stephen Thatcher lockerte seine Krawatte, aber es änderte nichts daran, dass die Luft nur mühsam in seine Lungen strömte. Es änderte auch nichts an dem, was er auf dieser Lichtung gefunden hatte, nachdem er einem anonymen Hinweis gefolgt war, der beim State Bureau of Investigation von North Carolina eingegangen war. Und es änderte ganz sicher nichts daran, dass die arme Frau tot war. Stephen trat einen Schritt vor und kassierte prompt einen mahnenden Blick von dem jungen Mann, den die Spurensicherung an den Tatort geschickt hatte. Der Junge war neu, ein echter Frischling. Normalerweise hätte sich die Chefin des Neulings für einen Fall wie diesen selbst herbequemt, aber sie hatte sich ausgerechnet die Woche, in der sie einen grausigen Mord entdecken mussten, für ihre Karibik-Kreuzfahrt ausgesucht. Passen Sie auf, wo Sie hintreten, warnte der junge Forensiker verärgert. Er hockte auf allen Vieren neben der Leiche im Gras. Ken Thompson war angeblich gut in seinem Job, aber Stephen war entschlossen, sich sein Urteil selbst zu bilden. Danke für die Lektion in Tatortsicherung, gab Stephen trocken zurück. Kents Gesicht rötete sich. Tut mir leid, aber ich bin wirklich vollkommen frustriert. Ich habe mir die Umgebung dreimal genau angesehen. Wer immer die Leiche hier hingelegt hat, war enorm vorsichtig. Hier ist nichts. Vielleicht findet das Labor etwas auf dem Körper, Kent seufzte. Auf dem, was davon übrig ist. Er musterte die Leiche mit einem Ausdruck professioneller Distanziertheit, doch Stephen entging nicht das kurze Aufflackern in seinen Augen, das von Mitgefühl zeugte. Tut mir leid, Stephen, sagte eine gepresste Stimme hinter ihm. Stephen drehte sich zu Agent Harry Grimes um, der noch immer heftig atmete. Sein Gesicht war blass, doch die grünliche Färbung war verschwunden, seit er seinen Magen um das Frühstück erleichtert hatte. Schon gut, Harry. Sowas kommt vor. Haben wir etwas gefunden? Noch nicht. Stephen hockte sich neben die Leiche. Nackt, keine Papiere oder Kleider in der Nähe. Es ist gerade noch genug von ihr da, um sie als weibliche Person zu identifizieren. Weibliche, jugendliche Person, würde ich vermuten. Kent deutete auf die Bauchregion der Leiche. Gepierster Nabel. Okay, ein weiblicher Teenager. Sie liegt schon mindestens eine Woche hier. Wir müssen die Vermisstenanzeigen durchgehen. Behutsam rollte Stephen den toten Körper auf den Bauch und sein Herz setzte einen Schlag aus. Gleichzeitig stieß Harry einen leisen Fluch aus. Was ist? Kent schaute fragend von Stephen zu Harry und wieder zu Stephen. Stephen deutete auf das, was von der linken Gesäßhälfte des Mädchens noch übrig war. Sie hatte eine Tätowierung. Sieht nach einem Peace-Zeichen aus. Stephen schaute zu Harry auf. Lorraine Rush. Harry nickte. Wer war Lorraine Rush? fragte Kent. Lorraine ist vor ungefähr zwei Wochen als vermisst gemeldet worden, erklärte Harry. Als ihre Eltern sie morgens zur Schule wecken wollten, war ihr Bett zwar benutzt, aber leer. Keinerlei Anzeichen für das gewaltsame Eindringen einer fremden Person ins Haus. Stephen sah vor seinem inneren Auge das Bild einer lächelnden Lorraine Rush, wie er es auf dem Foto im Wohnzimmer der Eltern gesehen hatte. Sie war 16, ein Jahr jünger als mein ältester Sohn. Stephen erlaubte sich, einen kurzen Moment an Brad zu denken, der sich im letzten Monat so radikal verändert hatte, schüttelte die Sorge aber vorübergehend wieder ab. Wir müssen die Eltern benachrichtigen. 29. September, 8.55 Uhr. Hallo Stephen, alles okay? Stephen blickte auf. Sein Chef, Lenny Farrell, betrachtete ihn mit besorgter Miene und Stephen hätte am liebsten gestöhnt. Wenn Lenny Farrell wissen wollte, ob alles okay war, dann bedeutete das, dass er mit Stephen ein längeres Gespräch beginnen wollte. Und das würde ziemlich sicher irgendwann auf den Vorfall zusteuern, der sich vor sechs Monaten ereignet hatte. Aber Stephen hatte nicht die Kraft, schon wieder darüber zu reden. Nicht nach dem Streit, den er am Abend zuvor wieder einmal mit seinem ältesten Sohn gehabt hatte. Der Auslöser war Bretts Verhalten gewesen, das dem Ausdruck Fliegelalter eine völlig neue Dimension gab. Der Morgen hatte nicht viel angenehmer begonnen, als der Abend zu Ende gegangen war. Beim Frühstück hatte er sich mit seiner Tante Helen auseinandersetzen müssen, die ihm für dieses Wochenende eine ganze Reihe Verabredungen mit netten jungen Frauen beschafft hatte. Helen wollte einfach nicht verstehen, dass Stephen Witwer bleiben wollte. Am meisten deprimiert aber hatte ihn die kleine Szene, die sich abgespielt hatte, als er ins Büro fahren wollte. Als er versucht hatte, seinen jüngsten Sohn Nick zum Abschied in den Arm zu nehmen und ihn der Siebenjährige erneut weggedrückt hatte. Nicky und der Vorfall waren untrennbar miteinander verschweißt. Nein, Stephen hatte im Augenblick wirklich keine Kraft, darüber zu reden. Also erwiderte er auf Lennys Frage, ob alles okay sei. Das kommt darauf an, wie okay alles ist, wenn man Bilder von verstümmelten und angefressenen Mädchenleichen betrachten muss. Er schubste den Ordner mit den Fotos über den Tisch. Lenni griff nach den Bildern. Stephen sah, dass er schluckte. Verdächtige? Nicht viele. Lorraine Rush war beliebt. Cheerleader auf der Highpoint High School. 16, keinen Freund. Wir haben sie auf Drogen überprüft, aber keine Rückstände der üblichen Partyzutaten gefunden. Mit anderen Worten, wir haben keinen Verdächtigen. Richtig. Und der Bericht aus der Gerichtsmedizin? Sie ist auf der Lichtung umgebracht worden. Todesursache waren wahrscheinlich Messerstiche, aber die Gerichtsmedizin will es nicht beschwören. Es war einfach nicht mehr genug von ihrem Körper da, um es mit Sicherheit sagen zu können. Sie hat fünf Tage dort gelegen, wie das Larvenstadium der Maden verrät, die sich eifrig über das hergemacht haben, was die Waldtiere übrig gelassen haben. Wahrscheinlich wurde sie vergewaltigt. Steven seufzte und schlug die Akte erneut auf. Kent hat auf der Kopfhaut des Mädchens etwas gefunden, das wie eine relativ frische Tätowierung aussieht. Wer immer sie getötet hat, hat ihr den Kopf geschoren und seine Signatur auf ihr hinterlassen. Lenny beugte sich herab und betrachtete das Foto. Und was ist das? Keine Ahnung. Es war nicht mehr genug davon da. Kent untersucht es noch. Sie ist übrigens nicht auf der Lichtung rasiert worden. Wir haben kein einziges Haar gefunden. Nun war es an Lenny zu seufzen. Tja, dann habt ihr jetzt einen neuen Ansatzpunkt. Was soll das heißen? Wir haben einen Anruf von Sheriff Braden drüben in Pineville bekommen. Seine Schwester wollte heute Morgen ihre Tochter wecken, aber... Furcht bildete einen festen Klumpen in Stevens Magen. Aber das Mädchen war weg, beendete er den Satz. Das Bett benutzt? Kein Anzeichen von gewaltsamem Eindringen. Könnte ein Zufall sein. Lenny nickte ernst. Beten wir darum. Okay, das ist dein Fall, aber ich muss fragen, ob du denkst, dass du damit klarkommst. Ärger stieg in Steven auf. Natürlich tue ich das, Lenny. Lenny schüttelte den Kopf. Ich darf gewisse Ereignisse nicht einfach ignorieren, und das weißt du. Ich kann mir nicht leisten, dass einer meiner besten Leute mitten in einer Untersuchung zusammenbricht. Steven, anscheinend ist dies ein Fall, in dem Kinder aus ihren Betten entführt werden.